wechseln wir auf den browser und müsste umgestellt sein und dann gucken jetzt glaube ich lieber ganz entspannt noch die neueste folge twitch gibt's germany an bevor ich euch in den feierabend schicke weil es ist jetzt auch einfach angenehmer noch mal so ein bisschen lachen gegen ende herzlich willkommen bei der einzigen platz vor mit dem besten glücks deutschland muss ich angst haben vor dem ding das sie am montag sag ich als vampire klar okay suche den türcode wie viele möglichkeiten haben wir dass das alten ich muss sie dringend bitten schritt zu halten ich führe hier eine ein weltklasse etwas ich führe hier ein weltklasse etwas ich führe hier ein weltklasse etwas jungen ich führe hier ein weltklasse etwas blühen ich führe hier ein weltklasse etwas ich führe hier ein weltklasse etwas blöd war er war süß habe ich irgendwie links aus ich kann nichts antippen cyclone was geht schon dass du das aus also mit der q tippst du nichts an die q ist automatisch auf gegner nein ist nein du verstehst nicht wenn ich e und q drücke passiert nichts ja die machen auch nichts nein ich kann auch nicht ich kann meine ganze tastatur funktioniert nicht ich kann nicht flaschen ich kann nicht hier ich kann nichts machen ich kann nicht league of legends nicht viel habe mich gerade echt schrockgelacht bei outlast nicht mich an oh mein gott das sind chinchilla babies oder ort ist mein kryptonit ich liebe chinchillas ok passt zu dem was ich gerade bei outlast lief ich will haben bitte ich will haben unbedingt bitte shut up and take my money ich liebe chinchillas und ich hätte es ja auch schon lang wenn diese viecher nicht einfach alles zerstören würden würden was sie in die finger bekommen die sind die sind die sind fast so süß wie 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 auch gott geht blickler das ist so süß dankeschön ja das ding mit der faust hinten rein oder wie das beschrieben wurde war schon ein bisserl doll ja aber es war ja auch genau so ne also weiß ich gar nicht ich mich darum kümmert das können wir eigentlich theoretisch auf die liste setzen ihr habt mir gar keine spiele mehr geschickt dann mache ich mal diesen direkt hier weg und dann diesen stoner also wenn das so ist und ich meine meine piekachse und man hau hier mal ein bisschen durch also wenn das so ist gar nichts zu dem spediteur aus seidonia wie ist der noch gleich und wann hat der zuletzt was geliefert ach der es liegt mir auf der zunge die pflanze kann sprechen ist sie jetzt eine pflanze ich das war das war ist schon eine weile her da war also schon alle her aber das war für mich so selbstverständlich dass der ja jetzt ist während ich ihm dabei zuschaue und wir dann weiter reden irgendwie katzen wo was katzen hier das war mal der kuchen eine kleine frage ist das eine akustik oder e-gitarre im hintergrund ist eine e-gitarre das sieht man doch oh er hat beide aber er hatte die e-gitarre gemeint wer meinst du das ist so eine zange das sind so kleine hände und die mit denen kann ich in die tüte reingehen und die pompe angreifen und dadurch werden meine finger nicht fertig und sonst habe ich immer auf einmal und schieb sie alle in den mund das ist genial oh mein gott ich brauche das aber wer lutscht dann meine finger ab aber wessen also ich meine wartet lässt mich anders formulieren weil es doch ein bisschen pervers liegt also ich will dann halt auch kennt ihr kennt ihr nicht dieses geile gefühl wenn man chips ist und danach sich die finger ablecken darf weil da das ganze gewürzt dran hängt das ist noch viel besser als die chips aber ich brauche das für es für ein pc ja sonst habe ich immer mit der mit den händen reingegriffen und dann habe ich die fertigen finger am t-shirt und an der hose abgeschmiert ja und mir wurde gesagt dass das ist deshalb versuche ich jetzt mit der zange das grandios ein bisschen zu viel oder der dufte typ die betritt ich versuche noch mal ich ich bedurfte typen gebe klitscht was klitsch pitch zippeln die bibze hallo herrisch brauche herr twitch clips germany mein name ist jv piek und ich erlaube ihnen hiermit meine video clips in twitch clips germany zu verwenden ja nein nein kein käse dazu vielen dank tschüss mit extra käse was heißt hier kein käse hinter dem namen also jetzt lese ich den kram vor da steht dein namen ich dir durfte typ gebe klitten es geht nicht ich konnte nicht anders und leute ich will den content eigentlich jetzt gerade gar nicht zeigen weil das ist eine von den streamerinnen wo ich immer so ein bisschen sage really twitch und bei mir heute rum willi twitch wo dass ich zensiere gut dass sie noch mal ihr oberteil richtig gerückt hat da ist ja man hat ein bisschen bh gesehen ja zwei von diesen feldern müssen noch eine bombe haben zwei anderen mit sex sells aber dann sollte man vielleicht auf eine andere plattform gehen oder zehn wegen der zwei wissen wir nur noch eins von diesen drei bildern darf eine bau sie macht echt nichts anderes außer mit dem po in der kamera rum zu liegen ja aber man muss schon zugeben in schicken pro hat sie aber ich glaube trotzdem nicht dass es durch sport passiert sein wenn wir bei der hier eins haben wollen also hier kann keine bombe sein weil dann an der e3 hier keine zweite bombe präsen kannst weil du ja dann hier schon und hier schon die eine bombe hast werdet hier und hier muss eine bombe sein damit du an der 32 bombe hast an der 3 eine bombe hast und an der 2 eine bombe hast warte mal ich raff das hier gerade nicht das ist doch dieses mein creeper oder wie es heißen ist ja sehr unterhalten nicht und das das bedeutet doch nur dass drei bomben in der nähe sind davon das bedeutet hier unten sind alles bomben oder bin ich jetzt dumm und bei der wahrscheinlich auch die die war der anne hier also hier dessen zwei ja youtube nervt gerade mit den adblocker gedöhns du bist dumm mein creeper ist einfach pain ja oben drüber links ist schon eine ok tschuldigung die habe ich nicht gesehen ich dachte es sind eins aber zählt die schon zu drei ich glaube parallelen zählen auch warum werde ich jetzt hier als dumm zu versteht man das die sind ja auslauf sicher zum glück ich habe sich zugedreht ja leute müssen wieder party in der mensch spiel aber wenn ich während wie wie dings wie win oh wow jetzt gecrasht und ja so wie du guckst bist du doch bestimmt wieder mörder ey das kann man jetzt von meinem blick ab ja kann man verdammte axt wo war das wo war das wo war das das war hier sonne die sonne scheint die sonne scheint auf den wiesen die sonne scheint auf den die sonne scheint auf den wiesen wo der hase chillt ist es nicht sowieso das ist doch sowieso mit den dingern markiert als ob das richtig ist hätte es hatte doch die punkte da an den ecken das ist super wichtig weil unsere waffen haben richtig krasser reload wir machen schneller also wartet mal ganz kurz sorry aber hier sieht man so punkte an den ecken und ich glaube du musst parallel die gleiche farbe da haben weißt du was ich meine tötet warte mal reload speed ist super wichtig weil unsere waffen haben richtig krasser reload wir machen reload schneller kürzer reload heißt einfach mehr dps jetzt 1 jetzt neu starten zwei ok oder drei jetzt nicht jetzt nicht hallo elli mars schön dass du auch da bist wie geht es wie steht es hallo hallo dass er es nicht gecheckt hat und einfach geleckt hat gelegt hat ja hallo sei noch da bei mir sind die ganzen bildschirme dunkel ich habe ich dachte auch geil ich habe mir die neu zugelegt ich dachte auch für draußen top aber die bildschirme sind außer sind die haus sind alle wow das ist schon krass er hätte gedacht dass eine sonnenbrille ab so bist du tür stehe ok dann kann ich ja durch oh mein gott ich habe wirklich abdrücke vom kopf herroffen habe ich wirklich abdrücke von meinem headset was wie hat sie das denn gemacht das ist doch witz oder ich habe hier wirklich ich habe hier einen abdruck von meinem headset auf den kopf von boah hä wie geht das denn sobald man uns quasi in der kamera sieht haben wir das problem dass wir gesehen werden also wenn es jetzt nicht frisch die haare währenddessen gefärbt hat dann hat es keinen sinn ergeben so was sobald muss man uns quasi in der kamera sieht sobald man uns quasi in der kamera sieht haben wir das problem dass wir gesehen werden ja es am kamera so an sich wo tun was ist da los jetzt bin ich von mir was bei großeltern also ja das ist irgendwas mit dem gebiss aber irgendwas mit dem gebiss oh mein gott ich dachte so ein blatt ok die stellung aber nur weil du jetzt tot bist musst du nicht gleich ein türraum ficken ich danke dir übrigens für das abo im zweiten monate zweite monat ist tatsächlich der wichtigste weil vielleicht dass du ein abo geschenkt bekommen hast gesagt eigentlich ist es ganz cool hier ich lass noch eins da dankeschön für den support sehr sehr lieb also ich habe gehört dass dies der wichtigste monat ist bekomme ich jetzt auch eine fancy eintrittskarte ja stell sie dir imaginär vor auch spielen so oder vielleicht nicht so je nachdem marin dankeschön für die fünf sub gifts an mich in meine community ich danke dir für den support dankeschön leute sehr sehr lieb das ist so geil wenn man singen kann also da kriegst du doch alles ab in den filmen dokus was auch immer die in den jahren was hat meinen oh gott oh gott da hat gerade oh gott warum hat denn meine alexa mit mir gesprochen tschuldigung die in den jahren oh gott tschuldigung hallo bis auch schön dass du auch da bist wie geht's wie steht hallo hallo oh gott da hat gerade oh gott warum hat denn meine alexa mit mir gesprochen warum trägt denn schal ok 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 2016 lock ich wünsche ich hätte beim öltragen in outlast trials auch mal so viel zeit wie die mit ihrem fass bei es ist das ist das erwachsenste ich fick deine mutter was ich je gehört habe er hat recht ich habe das gar nicht verstanden zustimmen soll ich die solche puppe bei ane mal durch die tür halten eine sexpuppe künstlich ich stehe total drauf ich liebe auch zwiebelringe und hier hinter dem bildschirm gezeigt schon gestern okay ich würde auch selber schrecken ist wegen teelicht weil man damit wartet wartet ich muss ich muss mich verschieben tschuldigung wenn ich euch jetzt gerade angeschrien habe aber es ist immer so der moment der momente wenn man selber da ist was war das noch mal heißt es deswegen teelicht weil man damit warm hält deswegen heißt es teelicht ich dachte das heißt teelicht weil das licht so klein ist dass es in eine teetasse reinpasst oh nein bin ich dumm wie man sich selber erkennt ja immer so sich hören wir ich verstehe solche games nicht also nicht hier nicht baldos gate 3 sondern solche games halt ich will meine cam wieder nach unten schieben dass man auch das game immer oben sieht diese langweiligen halt stoppt hier ist zwar fadenscheinig und etwas schmutzig aber auch weich und tröstlich wie eine warme umarmung das bin ich auch ich bin schmutzig bin manchmal schon ziemlich fadenscheinig ich bin ziemlich weich und manchmal auch tröstlich ich bin das ich bin perfekt wow wie das wirkt halt einfach als wenn du nicht die hellste kerze bist bist bin ich auch nicht ist damit sagen sie sei ein teelicht auch sozial schon wieder also könnten jetzt versuchen hier irgendwie ist es mächtiges vor den berg ganz vorsichtig runter zu gleiten oder wir könnten alternativ aber scheiß drauf mal ist nur einmal im jahr ich feiere tschuldigung ich hasse schlager aber dieser spruch ist halt immer gut wenn ich das so schießen sieht es aus als würde aber noch 48 stunden bis zu 300 stunden sind es nur noch acht stunden oder bin ich dumm kann ich wieder nicht rechnen das sind doch nur noch acht stunden oder gut hier alter warte mal wie viele stunden hatte sie denn hier oben stehen 252 stunden und genau deswegen mache ich kein sabaton kann ich schon wieder nicht rechnen das sind doch nur noch acht stunden oder nicht dankeschön für die sieben oder siebenundsiebzig ja kaffee später ich habe jetzt schon zwei das ist mir auch schon mal passiert zweimal dann und das ist ich habe dinge gesehen und dann kannst du da einfach da hat ihr einfach auf den innen arsch also unter die beine also unter den rock Ihr habt es gesehen. Oh, dann rutscht der Rest nach. Was? Wenn das jetzt klappt, dann raste ich aus. Oh mein Gott. Ich erinnere mich noch daran, dass ich auf Partys bei Prinzenrolle und Pringles-Packungen die Klickse rausholen musste, weil ich die kleinsten Hände hatte. Oh, ich auch. Ich wurde gerade überflüssig gemacht. Naja, Pringles gibt es noch. Ich würde ja auch kein Geld mehr irgendwie schicken oder sowas. Ähm, weil, wie gesagt, das ist nicht Sinn der Sache, dass ich... ...spendete 200 Euro. So, das sollte aber trotz Steuern reichen für ein wenig Schocki. Und er so scheiße. Ich krieg Diabetes. Oh, 10 Tage und 10 Stunden. Ach, du heilige Mutter Gottes. Aber scheiß drauf, Wacken ist nur einmal im Jahr. Das finde ich sogar noch besser. Oder bin ich dumm? Ja, ein wenig Zeit. Das aber auch, Piesok. Wir sind alle so. Wir sind eins. Ich habe die Hölle gesehen. Begrüßt. Ne, mir ist das auch schon passiert, dass ich eines Abends mal in einem Club stand. Und dann kam so ein junger Mann, so fresh, 18 oder so, ne. Kam da so von der Seite, wurscht so bewundern. Hä, na? Und ich wollte lustig sein und cool sein. Und sag zu ihm so, ne Mann, ich könnte deine Mom sein. Natürlich mit der Hoffnung, dass er sagt, was? Sie wollte cool sein, ey. Ich könnte deine Mom sein. Direkter. Direktes. Oh mein Gott, nein. Du bist, wir sind doch safe im selben Alter. Das war mein Wunschgedanke in dem Moment. Sag ich dir, wie süß. Leider hat er gesagt, ich weiß, aber ich stehe einfach auf ältere. Okay. Meine Freundin hatte sich die Veggie-Nugget... Warum sag ich die ganze Zeit Nugget? Warum kann ich zwei Gs nicht als zwei Gs aussprechen, sondern es wird ein Tsch? Meine Freundin hat sich die Veggie-Nugget... Wegen Veggie... Veggie-Nuggets. Ich übernehme das Tsch von Veggie. Psychologie wieder durchgespielt. Meine Freundin hat sich die Veggie-Nugget... Keine Möglichkeit. Oh mein Gott, ich hab Chat gelesen. Oh mein Gott, ich hab Chat gelesen. Go, boys! Ey, jetzt war die am Handy. Jetzt hat die bei dem einen Clip gar nicht aufgepasst. Die kriegt gar nichts mit, diese Marty. Die macht ihren Job als professionelle Reaction-Streamerin gar nicht gut. Nichts kriegt die mit, wenn die reactet. Ich hasse die. Endlich spricht es schlimmer aus. Und das Gute ins Wiederschlechte zu rücken. Das war ein Witz, ne? Je mehr wir uns lieben, umso schmerzhafter ist es, wenn einem der Kopf abgerissen wird. Okay, ja. Ich würde aber behaupten, es ist immer schmerzhaft, wenn einem der Kopf abgerissen wird. Ich bin mir nicht sicher, wie schmerzhaft, aber ich stelle mir es schon sehr schmerzhaft vor. Du kriegst sie auch nicht bei jedem Video. Wohl den Headshot. Ich kann kaum etwas sehen. Es ist so dunkel. Ja, dann mach mal Licht an. Heilige Scheiße! Ne Überraschung, ich spart ihr ernsthaft? Wir haben Geburtstag! Na ja, so schockierend war das jetzt nicht. Sie hat mal ein bisschen Outlast Trials spielen sollen mit uns. Ist viel schockierend. Mike retten, zu Schalter laufen. Hey, ganz kurze Frage, ne? Until Dawn. Kann man das auch auf dem PC spielen? Weil das ist ja der Vorreiter zu The Query. Und The Query hat mir tatsächlich sehr gefallen. Ich fand das Game richtig toll. Nein. Dankeschön, Achim. Fürs Träume zerstören. Nein, Spaß. Ich weiß nicht, nur die Wahrheit gesagt. Alles gut. Och Mann, ey. Ach so. Aber du hast doch eine Capture Card. Ja, aber keine PlayStation 4. Wo ist das Problem? Weiß ich nicht. Gleich die PlayStation. Oh Scheiße. Woran hab ich gerade gar nicht ausgedacht? Sam lives. Ich könnte die PS4 alignen mit dem Spiel. Nee, dann könnte ich auch meine PS4 wieder abholen von meiner Family. Aber nee. Nee, nee, nee. Keine Lust. Von... Boah, meines Skills, ne? Ich will auch echt nicht PlayStation Streamer sein. Ich will auch nicht meine Otos Schwäche greifen. Dann ist schlecht. Oh, wie cool sieht die eigentlich aus, als ich hier. Ich danke euch. Ihr seid großartig. Aber... Das war ja so krass. Ich werde beworfen mit Unterhosen. Die sind für mich... Oh, mein erster Schlüpper. Ich hab'n Schlüpper. Ich hab' endlich'n Schlüpper. Ich kann jetzt sterben. Jeder Rockstar, Elba. Ich hab' endlich'n Schlüpper. Aber wenn man... Oh mein Gott, ich hab'n Kaffee verschüttet. Fuck. 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 Oh, Nutella. Oh, Kaffee. Was hab' ich heute mit Stift- und Warentest? Vielleicht will ich'n Stift- und Ware. Wer weiß, und'n Test. Wir müssen mal darüber reden, warum deine Mutter dich nicht liebt und warum du die Chicken Nuggets immer wegwirfst. Wer sagt, dass es nicht Stift- und Warentest ist, sondern Stiftung... Nein, nein! Nein, nein! Was? Es heißt nicht Stift- und Warentest, es heißt... Ich dachte, das war'n Choke von ihr. Also, ich habe jetzt wirklich im ersten Moment gedacht, okay, das ist halt so'n, so'n Choke, ne? Von'em... Was Streamer halt so labern, ne? Heißt Stiftung Warentest? Was? 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 Aber das ist schon Allgemeinwissen, oder? Sagt die, die nicht wusste, was so'n Teelicht ist. Also, was ist es? Ja, aber was ist so'n Halter? Warum's Teelicht heißt? Ich glaube, ich sollte mal mein Maul halten. Wenn ich selber keine Ahnung habe. Dann... Dann... What happened? Bitte schön. Ja, aber halt, stopp, Charlie! Das mit dem Teelicht kann man ja nur wissen, wenn man dieses Teil kennt. Und ich kannte das Teil ja gar nicht, wo du das Teelicht unten reinstehst und was oben warm hältst. Das kannte ich ja gar nicht. Das habe ich noch nie gesehen. Hast du in der Hose? Ja, und das kannst du jetzt noch ausdrücken. Oder wenn man eine Parallele und mit einer Diagonalen verwechselt. Was? Hä? Das check ich jetzt nicht. Wie immerhin funktioniert deine Selbstreflexion. Ja! Was denn mit dem Avatar passiert? Der Blick war mega. Der hat mal kurz Zuckungen gehabt. Enthalte mich. Warum seid ihr denn wieder so fies zu mir? Also, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ja, zum Vergleich ist das sehr nützlich, die Stiftung machen Tests. Ja. Manchmal ist sie wirklich nützlich. Oder man nicht einschätzen kann, wie viele Monate 28 Tage haben. Sascha, du kriegst gleich ein Time-out. Mit Schild. Und? Was? Schild und? Penis. Schwert. Ja. Penis? Wollte gerade Penis? Wollte gerade Penis sagen? Was? Was? Schild und Penis? Wollte mal. Was? Schild und? Penis. Schwert. Ja. Der wollte Schild und Penis sagen. Ja. Wer kennt's nicht? Du brauchst nur ein Schild und dein Dödel, der einen Ständer hat. Und dann kannst du da einfach durchrennen. So wie mit... Wie diese Stabmenschen auf dem Pferd da. Wisst ihr? So rennt ihr einfach geradeaus los mit eurem Ständer. Und eurem Schild. Und hallo, wavido. Schön, dass du auch da bist. Wie geht's? Wie steht's? Hallo, hallo. Was? Ich nix fies. Ich enthalte mich. Ja, Enthaltung ist fies. Du sag mal, was war noch mal die Hauptstadt von Polen? So, Norris. Du wolltest es? Du kriegst es. Du kriegst jetzt ein Timeout für 60 Sekunden. Komm damit klar. Alter, Chen ist da durchgedreht oder was? Ist der verrückt oder was? Hä, die Mittelalarm hast du falsch gemacht? Hörst du es auf dein Auto von den Gegenden? Oh mein Gott! I am in einem Enemy-Car! I am not in your car! This is Enemy-Car! This is Enemy-Car! Was? Hallo, Cem. Schön, dass du auch reinschaust. Wie geht's? Wie steht's? Hallo, hallo. What is this? This is Enemy! Ach so, er sagt was vorher mit Hose. Ach so. Dann hab ich's falsch verstanden. Klipp das. Was? Das war schon insane geil. Ja, aber von mir persönlich einen Timeout zu bekommen, ist selten. Der Stream-Titel wurde ein bisschen abgekürzt von Twitch. Community-Videos Anal. Scheiße. Das ist wohl echt für den Arsch, oder? Ja. Ja, man kann auch seine Waffe wegwerfen. Hey, warte. Charlie, ich brauch dich eben ganz kurz. Charlie, du musst herkommen. Das wär so typisch ich bei Valorant gewesen. Nee, ist das nicht gut. Oh, sorry, 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 sorry. Oh Gott. Oh, du bist falsch. Oh Gott. Erik, hast du ne Frage? Ja, wie ist die Luft da unten? Jetzt, wo du da oben bist, besser? Ja. Oh Gott, was ist das für ein Oldschool-Gerät, was sie in der Hand hat? Gut, dass ich schweige. So gibt's kein Timeout. Janik, warum hebst du den Timeout auf? Willst du ein Timeout haben? CD-Player, ich weiß. Ich hatte auch mal zwei. Ich hab so die alten Kartons mal ausgepackt, da hab ich gefunden, was das hier noch so ist. Und dann... Was ist mit ihr im Gesicht? Ach so, ja, 600 Sekunden. Sorry, ich hab 60 gesagt. Hä? Weil ich 60 Sekunden anstatt 600 gesagt hab? Ich hab natürlich 600 gemeint, ne? Kannst du ruhig machen, wenn du das Echo verträgst. Warum seid ihr denn heute... Warum seid denn eigentlich so fies alle zu mir? Immer den Notfallkäsekuchen dabei. Ja, mein Gott. Oh, ne Tauke. Ich schwöre, da war ein Tauke. Ich hab's noch gesehen. Okay, nein, nein, nein. Hallo. 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 Was geht's? Wir nicht. Wir nicht. Aber er hat ein gutes Oberteil an. Hühner sind nicht süß. Was geht? Wir nicht. Oh, der war gut. Entschuldigung, aber der war echt geil. Hühner sind süß. Vampire Vivi, the Boss, ja. Hast du mal Vivi Chicken gesehen? Das hier ist Coco, die Wanderratte. Oh, nein. Coco, das Wanderrattenbaby, den ich beim Wandern gefunden habe. Bitte, bitte erzählt Gronkh nicht, dass Coco einen Namen hat. Ich hab ein bisschen Angst um Gronkhs Achievementsucht. Oh, der sieht aus wie ein Martin. Was? Ob der wirklich Martin heißt? What the fuck? Einfach Predictor. Leiten, Glocke aktivieren, kommentieren, abonnieren, Digga. Onanieren, alles. Alles, alles. Aber nicht live on Twitch. Also das Letztere, nicht live machen. Also schaut gerne bei Twitch Clips Germany rein. Hier einen Daumen nach oben. Da ein Follow rein. Äh, Abo. Und falls ihr natürlich lustige Situationen erlebt bei mir im Stream, dann gerne die Sache klippen. Und hier bei www.twitchclipsgermany.de einschicken. Ich würde mich natürlich freuen, damit solche wundervollen Clips wie meine Dummheit über das Teelicht alle sehen.